Let's go, let's go, let's go! Herzlich willkommen in der Golfer Academy St. Leon Roth. Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass gute Golfer viele Fairways mit dem Driver treffen, auch wenn die Fairways noch so eng sind. Gute Spieler trainieren dies bewusst, um auf dem Platz mehr Sicherheit am Abschlag zu haben. Heute zeige ich Ihnen eine Möglichkeit, wie Sie hier mehr Sicherheit bekommen können. Suchen Sie sich auf der Range einen Korridor, der Ihr persönliches Fairway darstellen soll. Ihr Ziel ist dann, diesen Korridor zu treffen, also ob es ein Fairway auf dem Platz wäre. Während Sie Ihre Pre-Shot-Routine machen, konzentrieren Sie sich auf Ihren Korridor. Gehen Sie dann ins Setup, schauen Sie noch einmal zum Ziel und warten auf das Go-Signal, welches Sie sich selber geben. Probieren Sie zuerst auf der Range einen breiteren Korridor aus und versuchen Sie ihn dreimal in Folge zu treffen. Sie können die Schwierigkeit variieren, indem Sie den Korridor enger wählen oder mehrere Treffer hintereinander versuchen zu erzielen. Sie werden feststellen, dass Sie eine deutlich höhere Fairway-Trefferquote haben als vorher und Ihre Scores besser werden.